Kommt auch die Woche noch neue Icanswap. Ja, Icanswap-Aufgaben, stimmt, die kommen noch. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, es kommen noch wirklich Moments. Linker Flügel, Ronaldo. Ja, der wird wahrscheinlich zu teuer sein, ne? Wie viel kostet der, linker Flügel? Das wäre sogar richtig geil. Ist der Juan Jesús eine SPC-Karte oder ist der normal? Der ist normal. Alter! Warum sagt mir das keiner? Die ist auch günstiges Fuck. Aber Diogo Carlos und Juan Jesús, die sind doch dünn, Leute. Die sind dünn, das wäre eine Krise. Die müssen mehr essen, Leute. Hat jemand schon mal diesen Juan Jesús gespielt? Das sieht doch gar nicht mal so bad aus, Freunde. Icone Future Stars. In der Theorie könnte ich jetzt beide machen, Freunde. Ich mache auf jeden Fall Alexandro. Ich war letztes Jahr, ich müsste nachschauen. Geh mir mal ganz, ja, geh mir mal ganz kurz. Geh mir mal ganz kurz in meinen FIFA 19 Verein, Leute. Ich möchte auch mal wissen, wie der ausgesehen hat. War es denn noch, dass ich am Ende sehr, sehr viele Coins hatte? Gab es letztes Jahr noch Icone SPCs? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, jetzt kommt Nostalgie-Feeling, Freunde. Huch, alter, das Menü, ey. Die Menüfarbe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Leute. Ich kann mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern, gefühlt. Wer kann sich noch an das erinnern, ey? Ich kann mich null daran erinnern. Schauen wir mal meinen Verein an. Alter, da bin ich jetzt gespannt. Ja, stimmt, die Flanken, das war geil. Nur in FIFA 20. Hallo, ich bin im FIFA 19. Kam das immer schon so? Mit dem großen Vereinsnamen? Hä? Ich dachte, ich habe viele Coins, Leute. Ich habe ja... Alter, wie schnell das Menü ist. Oh mein Gott, mein Team. Mein Team, Leute. Was ist das für ein Team? Das ist unfair. Wir erinnern, schon gar nicht mehr drinnen. Alter. Leute, was ist das für ein scheiß Team? Alter. Ja, stimmt. Ich habe Chulit als R.O.M. Wegen die Kopfbälle, ey. Leute, was ist das für ein verkacktes Team? Das ist so geil. Rotter Van Dijk. Mann. Maldini, Optimus Prime. Ich halte es mal. Jashin. Leute, was ist das für ein Team? Eda Militao. Ich mache Plus. Lozano. Ja, das ist... Nein, nein. Das ist nicht mein First Owner, Ronaldinho. Doch, doch. Der ist First Owner. Aber das ist die SBC-Karte. Stimmt. Letztes Jahr habe ich Ronaldinho gezogen. First Owner. Prime Icon. Alter, was ist das für ein krankes Team, ey. Konnte mich gar nicht mehr an das Team erinnern, Leute. Was habe ich denn da für Spieler? Schauen wir mal nur... Spezial. Okay, das war ja dieses eine Pack mit den 10 besten Spielern oder so irgendwie. Warte. Ich musste Hazard diskaden. Nein. Pogba musste ich diskaden, Leute. Ich musste Pogba diskaden in Futis. Alter, ich hatte Salah in Rotz. Drei Spieler. Ich bin ja so ein kleiner Bengel, Leute. Nur drei Spieler mit Salah in Rotz. Der war auch Maschine, Leute. Ey, der hat, glaube ich, 99 Sprungkraft. Ich habe jeden Kopfball mit dem reingemacht. Man, nee, hatte ich auch in Rotz. Na, da ist der Futis von Griezmann. Nur 13 Spieler. Ich kleiner Bastard. Da hatte ich den 93er... 602 Spiele hatte ich mit dem. Rulitz. Was sind das? Alter, Eusebe. Oh mein Gott, was hat der für Stats, Leute? Was hat der für Stats? Krank. Ich wohne in Wien, Bruder. Ribéry. Busquets war auch nicht so bad. Walker, Perisic. Ribéry. Den hatte ich, glaube ich, am Ende auch schon ein paar Mal in meinem Main-Team. Moments Blanc. Goretzka war krank, Leute. Die Goretzka-Karte war auch krank. Die habe ich als R-O-M gespielt eine Zeit lang. Keine Ahnung, warum. Hä, ich hatte den Bale? Das wusste ich nicht, dass ich den Bale hatte. Kovacic. Musa. Oh mein Gott. Was sind das für Karten, Alter? Dani Alves. Nostalgie pur, ey. Musa ist auch absolute Legende. Aber Dani Alves Tevez ist krank gewesen. Future Star de Jong hatte ich. Nie gespielt. Ein Spiel, süß. Martinez ist auch eine krank geile Karte, Alter. Pato. Hä? Nur Spiele? Ah, nee. Ich musste den einmal diskarten. Ich glaube, den musste ich einmal diskarten, Leute. Ich hatte ja Promes, oder was? Wo ist Promes? Da ist Promes, Leute. Alter, was hat der für Scorer-Punkte? Alter, was sind das für Karten, Leute? Kannibal Hulk, an den kann ich mich gar nicht erinnern, Leute. Ist das eine SPC-Karte gewesen? Sokratis? Das ist Once to Watch, oder? Hä? Der Spiel ist seit letztes Jahr bei Arsenal. P-Pier, du Bengel. Bruma ist auch am Start. Dabur. Habe ich seine Tots-Karte nicht mehr? Dann öffnen wir mal kurz ein paar Packs, ey. Schade. Schade. Vielleicht habe ich FIFA 18 auch noch, Leute. Ein Laie-Pack, das wollten wir alle schon mal haben, Leute. Das ist mein First-Owner. Kante, by the way. Untauschbar. Vielleicht habe ich FIFA 18 auch ohne Disk. Jetzt bin ich gespannt. FIFA 18, das war ja meine absolute Hype-Zeit. FIFA 18. Da war ich auch, da war ich auch richtig gut in FIFA 18. Da war ich Elite-Eins-Spieler, Leute. Nicht nur das, was du gezogen hast, in FIFA 18 an Ikonen zu krank. FIFA 18 war wirklich meine Zeit. Das war zu krank, was ich da erstens gezogen habe. Und Gameplay-mäßig war ich auch so krass gut. Was heißt krass gut? Also ich war gut. Ich war einfach nur gut. Ich glaube, da habe ich, oh nein, da habe ich, glaube ich, R9 abgestoßen. Ich komme tatsächlich noch. Da hatte ich 1,7 Millionen Coins noch. Schaut mal meine Stats an. Zwei, da hat mir FIFA noch extrem Spaß gemacht. Das sieht man an den Stats. Ich hatte über 3.000 Spiele, Freunde. Oh mein Gott, Holminson. Wie heißt denn dieser Kartentyp? Was ist das für ein Kartentyp, Leute? Promise. Aguero. Ja, da habe ich R9 abgestoßen. Fick hier? Festival of Football. Alter. Ja, ich musste... Da ist Pelé. Leute, ich habe R9 hier abgestoßen. Bei dem Teil. Oh mein Gott. Rashford war OP. Bacayoko. Wer kann sich noch daran erinnern an Bacayoko? Das war... Der war OP. Alessandrini war OP. Es fack. Aguero. 1294 Spiele mit Aguero. Was ist das für eine kranke Karte, Leute? Kimmich ist auch krank. Promise, Alter. Aber meine SBC-Karte von Promise. Gehen wir mal. Da ist Valencia. Wie viel kostet Valencia? Oder war das eine SBC-Tauschbart? Leute, der war so günstig. Der war so krass günstig, dieser Valencia. Ich graf's nicht. Oh. Alter, wie krank. DSAI. Ferdinand. Mina. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Manolas. Company. Company sieht auch krank aus, Leute. Oh nein. Ich bin gerade extrem verwirrt, Freunde. War das wirklich in FIFA 18, wo ich so krank war? Wo ich so gut war? War das FIFA 18? Fick hier, Alter. Keine Spiele mit dem Bruder. Aber Heuminson. Oh mein Gott. Schaut euch die Stats an. Schaut euch die Stats von... Oh mein Gott. Der hat ja nichts gekostet. Salah. Buffon. Buffon 98. Ich kann mich gar nicht mehr an 98 erinnern. Neymar. Das ist eine geistesgestörte Karte. Toni Kroos hatte ich auch gezogen. Hummels gezogen. Torvain. Erstbesitzer. Ronaldinho. 1.174 Spiele mit ihm. 1.000 Scorer-Punkte. De Bruyne. Ligen-SPC De Bruyne. Alter, das war noch zeitnah, wo die Ligen-SPCs wirklich krank waren. Batschuae war auch krass. Ori hatte ich. Oh mein Gott. Schaut mal, wie viele Spiele ich mit Ori gespielt habe. Mit Ori hatte ich die Liter 1 erreicht. 1.277 Spieler. Footmess war immer Rückennummer angezeigt. Oh, Touré. Oh mein Gott, Touré. Kranke Karte. Rote Karte hat er auch noch. Marquisio. Festival of Football. Auch krank. Bailey. Fernandinho. Sterling. Erstbesitzer, Leute. Was habe ich da bitte gezogen für kranke Karten? Alter, Leute. Kaka ist am Start, ey. Griezmann-Ligen-SPC, Leute. Alter, das sind Ligen-SPCs. Das sind verdammte Ligen-SPCs, Leute. Aber hier, Jaja Touré einfach. Was ist das für Nostalgie gerade? Alain, auch kranke Karte. Saúl. Matic. Frisch. Frischalko. Petro kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ellie habe ich oft gezogen. Manolas. Luzano, Alter. Das ist die Futis-Karte, oder? Roberto. Roberto Carlos. Mares ist auch krank. Bacayoko. Marcial. Luis Alberto. Auch gar nicht mal so bad. Süle habe ich gezogen. Alter, Ashley Cole. Lautrup. Van der Saar. Alter, was habe ich da für Ikonen? Vidal. Ligen-SPC ist das, oder? Das ist die Ligen-SPC-Zeit, oder? Das ist doch auch Ligen-SPC. Kal-Di-Juri. Kal-Di-Juri. Nami. Habe ich nie gespielt, oder was? Ich kleiner Bengel. Warum habe ich den nie gespielt? Roussillon. Roussillon. Trippier. Adebayor. Adebayor. Auch nie gespielt. Forsberg. Nie gespielt. Ich habe sie alle gezogen, Leute. Ich hatte so krasses Packlack, ey. Ich hatte so krasses Packlack im FIFA 18. Diese Karte war auch krass. Crouch. Nie gespielt, glaube ich. Nee. Alisson. Mina. Schon wieder Mina? Mané. 1296 Spiele. 1296 Spiele mit Mané. Ich kann mich gar nicht mehr... Doch, ich habe mit ihm Elite 1 erreicht damals. Das weiß ich noch. Se Signor. Alter, Se Signor. Bender. Der nächste Mondi. Das. Meine Freunde. 1000... Oh mein Gott! 1522 Spiele, 977 Tore und 802 Vorlagen. Der war liebe, Leute. Den habe ich... Oh mein Gott! Diese Karte, Leute. Diese Karte. Das ist eine Legendenkarte, Leute. Diese Karte werde ich nie in meinem Leben vergessen. Die werde ich niemals vergessen. 1522 Spiele. Das ist zu wild. David Lewis? Perisic? Das ist Future Star, oder? Mit der habe ich auch Elite 1 geschafft. Mit dieser Karte in meinem Team, ey. Der war so groß. 1,90 groß war der, genau. Alter. Benjeda. Kein Spiel gespielt. Mann, hier war echt geil. Martins? Nein, das kann dann keine Future Star Karte sein. Was ist das für ein Kartentyp, Leute? Path to Glory, stimmt's? Path to Glory. Gab's, glaube ich, letztes Jahr gar nicht, oder? Path to Glory war das. Alter, Kuya Tee. Was ist das für eine kranke Karte? Ne, die war scheiße. Se meh, du wants to watch. Auch nie gespielt. Alter, da habe ich 1,7 Millionen Coins, Leute. Schauen wir mal da nochmal, wie das ausgesehen hat. Das war meine Lieblings-Pack-Animation, Leute. Zeigt der Schlitz, genau so ist es. Das war mit Abstand meine Lieblings-Pack-Animation. Ich überlege, wo könnte ich die CD haben, Leute. Schauen wir mal bei FIFA 16 an. Okay, die ist leer. Boah, die ist richtig zerstorbt. FIFA 12. Leute, ich habe sogar FIFA 12. Ich habe sogar FIFA 12. FIFA 12 habe ich, ey. Ja, Looney, läuft noch. Ich habe noch, bei mir, Österreich war David Alaba. Und Messi, der Coverstar. Ich weiß nicht, wie in Deutschland FIFA 14 ausgesehen hat. So sah in Österreich FIFA 14 aus. Oh Gott, da habe ich die Hülle von FIFA 12 gerade vor mir. Schaut euch die Hülle an. Rooney und Kaka. Ich glaube es nicht. Die Server gehen noch. Die Server gehen noch. Leute, die Server gehen noch. Hä, ich habe zweimal FIFA 13. Ich habe zweimal FIFA 13, Leute. In der FIFA 12 Hülle. Oh mein Gott. FIFA 10. Mit Andreas Ivanschitz. Da hat er bei Mainz 05 gespielt, Leute. Und Rooney. Was finde ich hier? FIFA 10. Kann man PS3-Spiele auch bei PS4 spielen? Ja, ist echt so. Alter, wie schnell das Ganze ist. Was hatte ich hier für ein Team? Das Team war gar nicht mal so stabil. Hä, das war ja richtig scheiße, das Team. Warte, irgendwas stimmt da nicht. Warte, warte, warte. Was ist das für ein Team? Kambiasu, Leute. Alter, Tevez ist auch am Start. Was hatte ich da für ein Team, Leute? Nehmer Version Team of the Season. 800.000 Coins. Der hatte nur 800.000 Coins damals gekostet. Leute, der hat einfach nur 800.000 Coins gekostet. Heute kriegst du nicht mal seinen kleinen Zeh. Aber was hatte ich da für Karten, ey? Daniel Alves. Okay, Modric. David Luiz. Alter, was hatte ich da für ein krankes Team, Leute? 190.000. 589.000. 589.000. 156.000. 233.000. Aha, da kann man nicht nach Spezial suchen, Leute. Hä? Oh mein Gott, Elton. Wer kann sich an Elton erinnern, Leute? Das war eine kranke Silberkarte. Gab ja keine Rewards. Ah, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, Leute. Wesley war auch krank. Ich war bei irgendeinem Turnier bei FIFA. Keine Ahnung. Calvin. Calvin, ey. Ich habe ja richtig viele Spiele mit diesen Spielern. Eda Luiz. 131 Spiele, 132 Tore. Eda Luiz war auch eine kranke, kranke Karte. Der war auch krass. Aber keine Scorepunkte. Schade, Pato. Was hatte ich denn mit diesen Spielern? Oha. Bolton Wanderers, Leute. Der Silberschwitzer. Ja, ich habe da krass viel mit Silberspielern gespielt. Auch 23 Spiele. Douglas. 24 Spiele. Ohne Gards. Leute, ich habe ja richtig viel mit Silberspielern gespielt. Wie war da mal... Wie war denn da die Pack-Animation? Was ist das mit dem... Mit der Flagge? Oh mein Gott. Okay, die ist scheiße, die Pack-Animation. Die ist... Die ist ja... Die ist ja ohne Worte. Roya, Alter. Was habe ich da für Karten, ey? Konoplyanka. Diese Karte war krank, ey. Diese Karte war auch krank. Konoplyanka. Bei welchem Verein spielt der heute? 8er, 5er. Okay, das ist ziemlich am Ende. Was hatte ich da für eine Locke? So richtig auf Bill von Tokio Hotel. Haha. Aber das Team ist auch krass. Blaue Karte ist auch Team... Wow, die Hazard-Karte war krank, Leute. Hazard-Karte war krank. Smalling war overpowered as fuck. Und ich hatte über 2000 Spiele mit Bellarabi. Das weiß ich auch noch. Dembélé hatte ich in Rot. Mertens, 89. David Luiz hatte ich. Das ist, glaube ich, Louis Suarez. Nein, da ist Louis Suarez. Ich weiß leider nicht, wer diese Karte war. Smalling, Badland. Ja, das war's. Und Begovic. Das war krass. Nein, ich meine... Habe ich Bellarabi gesagt? Haha. Ja, da war's. Ja, da war's. Das war's. Vielen Dank.